hallo herzlich willkommen zu let's play minecraft heute eine neue folge und zwar habe ich mir jetzt überlegt da wir hier erst mal ein bädchen gebaut haben und das lager so ein bisschen eingerichtet haben gehen wir mal wieder runter und ich würde gerne den eingang von der höhle suchen wo wir so lange zeit gefangen waren ist das denn da okay gut dann suchen wir mal ich hoffe wir werden zünden ja und dann laufen wir einfach mal ein bisschen durch die gegend hier ja hier hinten ist erstmal nicht viel ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der eingang aussah ehrlich gesagt ich hätte mal vorher gucken sollen ja wir laufen einfach mal mal sehen wo uns der weg hin führt ich glaube da ist falsch ich glaube wir müssen in die richtung so dann laufen wir mal hier lang ich glaube sogar dass wir da hinten lang müssen ach ja ja man sieht ich habe mein freischwürmer gemacht habe nicht mehr nur mein seefertigen habe sogar mein freischwürmer jetzt so ja ist ja gut helga helga die kuh was ist da da geht es runter aber das ist nicht unser eingang das ist nicht so hoch hier gut hier ist jetzt auch nicht viel so viel dschungel hier schauen wir mal auf die karte wir laufen mal ein bisschen hier lang aber es ist unser eingang ich glaube schon ich werde mir ganz kurz hier die koordinaten aufschreiben kleinen moment bitte so jetzt schreibt mein stift hier nicht so jetzt geht's so dann hätten wir die 14 76 die 66 und die 12 11 ist ja gar nicht so weit von uns entfernt jo wir schauen mal ganz kurz hinein aua ja das ist unsere höhle richtig da geht es nämlich runter schönes ding und dann müsste ja unsere kiste auch da sein ja habe ich noch Erde bei oh scheiße ich habe gar nichts bei wieder mal gut vorbereitet Christian äh mein Link ja apropos da fällt mir was ein und zwar möchte ich mit euch am Sonntag eine Spezialfolge drehen das heißt ich werde jetzt jeden Sonntag eine Folge drehen wo ihr mir entweder Aufgaben stellt oder Fragen stellen könnt die ich in dieser Folge beantworten werde ihr habt jetzt die ganze Woche Zeit bis Sonntag dann werde ich mir halt die Zeit nehmen um mit euch halt ein paar Sachen zu erledigen oder Challenges zu machen oder wie auch immer was ihr auch immer wollt ich werde es einfach tun genau und Sonntag kommt halt dann die Folge raus so Erde haben wir jetzt erstmal genug glaube ich sauber sauber schauen wir mal ganz kurz 25 Erde das reicht denke ich mal ich will ja nur zur Kiste ganz kurz hier ja das sieht ganz gut aus ähm ah wir sind da hinten runter gegangen da waren wir glaube ich nicht wir sind dann hier lang gegangen und dann da runter oder da runter na da runter glaube ich eher weniger wir gehen hier runter äh jetzt müsste eigentlich ich dachte eigentlich dass unsere Kisten hier sind Mist sind die da unten hmmm hmmm ja ist ja gut ähm ja ja wir gehen mal hier runter so hier sind wir wieder in der Mine okay wo sind unsere Kisten das verwundert mich jetzt ein wenig wir sind doch da runter und haben dann gleich Kisten gebaut oder nicht ach da ist sie ja da ist sie ja ach sehr schön unsere Sachen sind wieder da dann nehmen wir doch gleich mal alles mit okay okay Inventar ist eh voll die Kiste lassen wir einfach mal da hmmm ich würde sagen wir bauen uns dann hier hoch wieder zurück äh wir müssen da hoch na so und dann müssen wir da hoch und dann müssen wir oh oh ähm wir waren doch eben hier ach da hoch ach da hoch war's hm okay puh ich dachte ich hab mich schon wieder verlaufen ja ähm dann hier hoch das wär's ja wieder gewesen war Jungs Mädels ähm hier hoch so dann geht's da hoch und da hoch und da müssten wir eigentlich schon so gut wie draußen sein ja jetzt bräuchten wir nur noch ach eigentlich egal weil man kann ja den Höhle nehmen ne ähm ja ah ba 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 okay da kann ich lang gehen ja und jetzt sind wir wieder am Eingang der Höhle sehr schön ich hab keinen Platz mehr hier dann dann bauen wir einfach nur das Eisenerz erstmal ab so cool dass wir unsere Sachen wieder gefunden haben das freut mich und ohne zu verlaufen ey respekt das hätte ich auch nicht gedacht was haben wir denn noch hier was wir weg machen können ja boah ja noch eine Wolle ach hier kommen die Weizensamen dann können wir nämlich die Kohle hier noch mitnehmen mal ein bisschen was abbauen hier genau so zack 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 und zack und uiiii das gibt wieder ein Festmai hier können wir uns wieder was schön im Ofen schworen und seh ich da etwa wieder eine Höhle ja die seh ich da werden wir jetzt noch nicht reingehen ja ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen ja Jungs bis gleich so da bin ich wieder tut mir leid aber ich musste mal ganz dringend wohin ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten ich dachte ich schaffe die Folge noch aber es ging nicht so dann werden wir schnell die röstliche Kohle hier noch einsammeln haben wir hier noch irgendwas schönes was wir einsammeln können Erde hm Erde will ich nicht was haben wir hier noch so schönes nichts nix großartig für uns da war schön hier das gefällt mir sehr gut hier ähm ja das gefällt mir sehr sehr gut hier Ephesald gehen wir mal hier gucken Alter Schwede Okay, dann Ich wollte gerade sagen, hier ist Sackgasse Aber hier ist gar keine Sackgasse Doch, ist es Gut War jetzt nicht so erfolgreich Oh, da ist ja noch was Zack Dann machen wir mal Dann machen wir mal hier dicht Zack Und zack Na Beinahe was übersehen So, die Steinspitzhacke ist weg Kommt die nächste zum Einsatz Da hätte ich doch beinahe das Jute Eisen übersehen Ich wollte gerade schon wieder Silber sagen Aber ist ja gar kein Silber So, sehr schön Oh, 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 oh Okay Erledigt Dann checken wir mal noch hier hinten das ab Wie geil ist das denn, ey Ach, ein Pferdchen Ähm Ja Ja, ich hätte Oder ich würde gerne das rein Das Jute Pferdchen reiten Ich habe kein Weizen Ich habe gar nichts Ach, darum kümmern wir uns später Schön ist das hier Da oben ist noch Eisen Das hole ich mir mal schnell Äh, ja Wohl auch nicht Ich glaube, ich gehe mal lieber hier lang Was sagt man dazu Wie viele Gänge es hier gibt Das ist ja nicht zu glauben Oh, schön, Wasserfall So, nehmen wir die Kohle auch noch mit So, gehen wir jetzt auch noch weiter mit der Kohle Ich setze mal ganz kurz eine Packe hier Damit ihr auch was seht Mensch, wie viel Kohle hier schon da rumliegt Schöne Sache, schöne Sache Gehen wir mal weiter hier Lang Ah, Eisen auch noch Ach, da oben auch noch Ähm Ja, okay, habe ich Jo, das Eisen haben wir auch Hier geht es auch noch weiter Da oben geht es Nee, hier geht es nicht weiter Uh, ja Uh, ja Uh, ja Uh, ja Uh, ja Jemand da? Nö Keiner da Alter, Schwede Ganz ehrlich Ich möchte jetzt mal hier nicht so viel lang gehen Bevor ich wieder den Weg nicht zurückfinde Noch weiß ich ihn Denke ich mal, glaube ich jedenfalls Da geht es auch raus Den nehmen wir auch, den Ausgang So, das Eisen haben wir auch noch Ah, das nehmen wir auch noch mit Das nehmen wir natürlich auch noch mit Mensch Wie viele Gänge Ach komm, die Kohle hängen wir auch noch mit Wenn man schon mal hier ist In der Nähe des Ausgangs Ja Oh nee, oder? Das mag ich ja gar nicht So, oh hei, noch mehr Ja Dann gehen wir mal runter hier Boah, wie viel Eisen hier rumliegt Ah, Mist Okay, so geht es natürlich auch So Oh, da wurde es dunkel Gut Wir gehen mal runter Nee, nicht runter Wir gehen natürlich hoch Ach, guck mal Hier ist ja noch mehr Ich würde sagen Das läuft, das läuft Die Karte ist echt genial Die gefällt mir richtig gut Ich hatte ja vor langer Zeit schon mal eine neue Karte gemacht Ach, guck mal Jetzt können wir schon gar nichts mehr mitnehmen Also ich hatte ja schon vor langer Zeit eine neue Karte gemacht Aber die hat mir nicht so gefallen Die hier ist, ähm, ja Mega geil Hier, Druckplatte brauche ich jetzt erstmal nicht Ah, nee, nee, nee So Ja Coole Sache hier auf jeden Fall Kohle Sache Ach, nee, coole Sache Das läuft hier Und seit der ersten Folge merke ich gerade Bin ich nicht mehr gestorben Was eigentlich auch gar Ja Äh, was bei mir eigentlich Sehr oft vorkommt Meistens ist es die Lava schuld Ja, natürlich ist es jetzt dunkel Aber egal So Das müsste ja Genau Okay Da weiß ich, wo wir sind Sehr schön Das ist unser Höhleneingang Natürlich Ganz kurz mal Würde ich gerne Wo habe ich denn die Erde Da habe ich die Erde Hat zwar ein bisschen wehgetan Aber Egal So, dann gehen wir jetzt mal nach Hause Dazu muss ich jetzt erstmal gucken Wo wir hier sind 14, 18 Wir müssen in die Richtung Dann gehen wir mal in die Richtung Ich hoffe, dass ich jetzt nirgendwo hier reinfalle Oh, 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 oh So dunkel hier ist sie gar nichts So, 14, 18 Ah, noch ein Stückchen Oh, ich sehe gar nichts hier Mist Ich werde meinen Weg irgendwie dahin machen Irgendwann Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren Ja Nicht, dass ich gleich wieder irgendwo abschmiere Oh, ist weit gelaufen Okay, wir müssen in die Richtung Ne, lass mich durch Was müsste er denn Oh, oh Ich muss nach unten gucken Ja, ist ja gut, Jungs Da oben, ah Oh, ja Oh Alter Oh, hab ich mich gerade erschrocken Ich habe mich gerade gewundert, was hier steht, ey Alter Gott sei Dank habe ich keine Facecam, ey Da ist unsere Basis Ach komm, dann machen wir mal den hier Oh, überlebt Gott sei Dank Das wäre jetzt mies gewesen, wenn ich das nicht überlebt hätte Äh, hoch jetzt hier Gut Wir sind wieder da home Klettern wir mal nach oben hier Zack Und dann bringen wir mal unser ganzes Zeug weg hier Was wir so schön eingesammelt haben Aus unserer Kiste So, da hätten wir schon unser Lagerplatz Wollte ich sagen Äh, Schallplatte brauche ich auch nicht jetzt Pflasterstein lassen wir mal Kies lassen wir mal Glas brauche ich jetzt nicht Redstone brauche ich nicht Faden brauche ich nicht Ah, ich habe so viele Pflastersteine Machen wir das mal so Die Leiter Naja Die, ganz wichtig Die machen wir mal hier unten Kohle, Kohle, Kohle Dann machen wir das mal so Wo ist die 13? Da Ja 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 Das sieht schön aus Ja, so können wir das lassen So, dann geht es mal noch ein Stockwerk höher Zack Und dann hauen wir mal Die ganze Kohle hier rein Und das Eisenerz Und dann fackeln Oh, hier ein bisschen rum Ich würde ja jetzt gerne auf den Sonnenaufgang warten Aber Ich glaube, der dauert noch einen kleinen Moment Oh, es geht endlich Ja, also wie gesagt Denkt dran Sonntag die große Spezialfolge Was auch immer kommen wird Ich mache alles Ich brauche das Geld Einen Spaß Aber ich mache wirklich alles Und schreibt in die Kommentare Ob es irgendeine Aufgabe ist Ob es Irgendwas zu bauen ist Was auch immer Was Persönliches aus meinem Leben Von mir aus auch Haut raus Haut einfach die Kommentare raus Und mit diesem schönen Ja Es ist ja immer Eigentlich immer ein Sonnenaufgang Oder Untergang Jetzt ist es mal ein Monduntergang Verabschiede ich mich Bis zur nächsten Folge Schaut dann wieder rein bitte Und Schönen Tag Schönen Abend Wie auch immer Tschö Tschö Mhm.